Mauern der Küste des Meeres Villa Jojosa hat eine kontinuierliche Küstenhang von 20 Meter über dem Meeresspiegel. Die Koastal-Oderhang des Meeres wurde leider hinunter zum Strand von vor 3000 Jahren. Nach unten in Richtung der rechten Seite sind sie Wände, die die Altstadt umgeben. Sie wurden um 1550 gebaut, weil die Berber-Korsaren die vorherige zerstörten. Der Boden ist geneigt um die Kanone besser zu widerstehen. In den Türmen ist ein Raum mit Kanonenboten oder Fenster für Sakris. Diese Kanonen schießen Kugeln über 4 Kilo und 8 Zentimetern. Die Absicht der Kirchefestung fungierte als Haupttürm. Die Eier bis 60 Uhr Die Eier bis 65 Uhr Die Eier bis 47 Uhr Von 5 Ahیا